hallo willkommen zu einem neuen video in meinem eigenen fall und zwar geht es diesmal um die frage wie gering denn die hemmschwelle und wie groß die vehemenz am olg stuttgart und zwar beim elften zivilsenat dem familien senat ist unliebsame eltern mit ihren kindern zu erpressen damit diese eltern aufhören gegen richter gegen jugendämter gegen verfahrensbeiständinnen vorzugehen und in unserem fall ist es ja so dass ich drei meiner kinder nicht sehen kann weil ich angeblich ein gefährlicher vater bin wenn ich mit ihnen über das wechselmodell rede das wechselmodell ist die gleichberechtigte erziehung von kindern durch die getrennten eltern also im grunde auch die erziehung von kindern gleichberechtigung am olg stuttgart sieht man dies als so gefährlich an dass ich unsere kinder nur noch zwei stunden alle zwei wochen sehen soll und es gab vom olg stuttgart einen beschluss und zwar am 24 juni 2019 in diesem beschluss findet sich folgende passage im hinblick auf die sonstige förderung der kinder im aufbau zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen persönlichkeit sind beim vater zudem geringe hemmschwellen und große vehemenz in gerichtlichen verfahren und eine neigung andere personen die nicht seiner meinung sind mit strafeinzeigen zu belangen auffällig zu prüfen ist auch die frage des einflusses der erziehungs geeignetheit der eltern auf den umgang des vaters ja holla bin ich ein schlimmer mensch ich wage es ja gegen personen die nicht meiner meinung sind strafeinzeigen zu erstatten unter anderem habe ich eine strafeinzeige wegen rechtsbruch gegen den vorsitzenden richter des elften zivilsenats gemacht also genau einer der drei personen die diesen beschluss und diesen text hier unterschrieben und vielleicht sogar diktiert hat so geht man also mit jemand um der sich nicht gefallen lässt dass man ihm seine kinder nimmt nur weil er sie im sinne des grundgesetzes erzieht indem er ihnen sagt gleichberechtigung der eltern ist eine normale sache und ihr habt das recht von beiden eltern erzogen zu werden ihr habt auch das recht in gleichberechtigung erzogen zu werden damit ihr erlebt was es heißt dass man und frau gleichberechtigt sind und wer waren die anderen personen gegen die ich angeblich mit so einer großen vehemenz vorgehe das jugendamt und die verfahrensbeiständin die alle meiner meinung nach eine verfassungswidrige ansicht vom kindeswohl haben nämlich dass kinder geschädigt werden wenn man sie in gleichberechtigung erziehen will und sie darüber aufklärt also mit ihnen darüber redet dass sie dieses recht haben das halte ich für extrem verfassungswidrig und daraus sind auch meiner meinung nach straftaten entstanden die ich eben zur anzeige gebracht habe das perfide hier an dieser formulierung des olg stuttgart ist ja dass im grunde hier drin steckt herr groganz wenn sie weiter gegen gerichte und behörden vorgehen dann erklären wir sie als erziehungsunfähig und so kann man ganz einfach eine person die eben nicht der meinung des gerichts und des jugendamts ist also eine person wie ich die sagt moment mal wenn die eltern sich trennen dann sollen die auch bitte gleichberechtigte kinder erziehen können und das kann keine kindeswohlgefährdung sein das ist keine schädigung denn es steht ja im grundgesetz drin also wenn man diese meinung hat und nicht die die meinung der richter und des jugendamts nämlich dass kinder zur mutter gehören und dann noch sich erlaubt den rechtsstaat zu benutzen um dann gegen diese person vorzugehen was ja eigentlich mein gutes recht ist na dann muss man doch mal prüfen ob der vater überhaupt erziehungs geeignet ist und was wäre denn die folge wenn ich nicht erziehungs geeignet bin dann müsste mir man ja die kinder wegnehmen also diese erpressungsmethoden am olg stuttgart die hier verklausuliert werden in zwei sätzen wo man mich hier denunziert hier emotional mich attributiert als person mit geringer hemmschwelle und großer vehemenz das ist völlig unsachlich das ist hier politisch das erinnert an denunziationen wie wir sie von der stasi kennen oder auch aus dem dritten reich also hier wird versucht jemanden zu unterdrücken der eine meinung hat die nicht die meinung der staatsbehörden ist und erpresst ihn auch noch auf perfide weise mit seinen kindern und sagt sei ruhig sonst erklären wir dich für erziehungsunfähig und du bist deine kinder für immer los danke fürs zuschauen und wenn ihr informiert werden wollt benachrichtigt werden wollt automatisch über neue videos abonniert unseren kanal und klickt auf die glocke damit über alle videos informiert wird nicht die neu veröffentlicht wurden ciao